Ich habe den Weitläufer auf dem Rücken eines Karagor gesehen. Das wurde nicht gezählt. Danke Waldläufer. Weiß ich gar nicht. Im Fall wird das hier der siebte. Der wird gleich mein Achter. Du brauchst gar nicht so an das Fass gucken, krieg's eh gegen Ruck. Das ist aber mein neunter. Und da oben wartet der zehnte. Ich hab noch eine Minute, um dich zu töten. Legen wir einfach Fallen aus und locken die Kreatur hinein! 4XP und 150 M. Ich weiß nicht, was immer noch nicht genau was mir die bringen. Ich hätte es jetzt auch laut vorlesen sollen. Entschuldigung. Ich hab mir gedacht, dass ich noch so in meinem Papen bin. Mein Hund kurz ausgesetzt. Ich kenne ja jeder mal Verlängerung in der Schule sitzt. Ich muss lernen zu führen. Ich muss lernen. 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 Aber welches ist? Ich wicke. Ich wicke. Ich wicke. Ja. Was? Wobeschütze darfst du? Was? Das war alles. Wie höre ich das in der Zeit? Hier? Okay. Das ist ganz geil, dass wir alle da eigentlich noch nicht mehr ausweichen können. So wird das so krass. Ich glaube das hätte auch sein. Ich bleibe es hoch. Der Buge geht aber schon in der Zeit. Ich habe mich verloren. Nein, der Falsche. Oh, von der andere. Okay, jetzt wird es wieder wie ein Alter vorwört. Okay, ich wusste nicht von Alter. Ich bleibe noch die Orks ohne Scheiß. Das sieht gar nicht so übel aus von der Landschaft her. Aber das sollte auch bei einem Herr der Ringe nicht übel aussehen. Schließlich ist Herr der Ringe mit die ganze Landschaft, die es überhaupt gibt. Beziehungsweise Mittelerde. Der Ringe ist jetzt natürlich wiederum falsch. Das einzige was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Einfach mal mich nicht entdecken. Aber ich bin so unauffällig hier. Ich habe die Schnauze voll von den Sklaven, die ich bekomme. Du auch? Meine waren in letzter Zeit absolut nutzlos. Wir müssen lernen, die auszuzähmen. Sie wären sicher viel besser darin, Felsen zu zerschlagen und Straßen zu bauen. Oh, geht mal. Das sieht mich eh nicht. Na, Digga, kommt es nicht hinterher. Was ist denn los? Ich muss mich jetzt angucken. Alter! Dunderwetter. Ist das ein Troll? Alter, Alter. das ist ein grau er ist der heilige Bundeskanzler Ich muss das kurz beobachten, da habe ich das echt interessiert. Ich schaffte das irgendwie schon ziemlich cool aus. Oder würde ich das hier so empfehlen? Jetzt geht er ab. Hier ein schöner Tod, der Kopf abgebissen hat. Zerstampft zu werden, schon gar nicht. Ich könnte jetzt fangen an mit dem Turm ein. Er kommt doch nicht raus. Ich könnte ja auch ein bisschen schmied sein können. Ja, ja. Oh. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Ich glaube, der wird uns einfach kalt machen. Er hat Fußspuren hinter den Böschen gefunden. Aber dieser miese kleine Schnüffler hat sich wohl wieder verzorgen. Nein, hier sind mich oder Gollum. Also Gollum könnte es natürlich auch sein. Ich schlechte den mal hier durchs Leiter. Da oben ist irgendwo. Zum Gefallen, um deine aufzufüllen. Okay. Einfach an dem vorbei so. Tonerwetter. Hier hoch? Ja. Ist klar hoch, ja. Halt er eh gedrückt, um die Fall zu lassen. Aber ich will doch hoch. Hier will ich fach hören. Das krieg ich diesmal auch hin. Hier will euch heute sein so schwach. Lacht hier jemand herum? Auf sie! Was war los? Er packt dich! Und für die Fahrerbrot! Witziger Mann, Alter. Das habe ich wohl gegeben, Alter. Nein, greift die anderen an. Oh, die. Nein, das war falscher Angriff. Nein, tüte den noch. Tüte den noch. Tüte den noch. Ja. Ja. So, wo haben wir? Warum lebt der denn noch? Das stimmt, du. Das ist doch, ob sie war da. Nein, tüte den noch. Tüte, du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch sind. noch stehen können. Jetzt ist der auch gestorben. Ich raste aus, ey. Hallo? Oh, du lässt den schon in Ruhe. Das stimmt doch mal. Es heißt, man hört nichts, bis einem eine Klinge die Kehle aufschlitzt. Okay. Geht also gut hin. Denn er könnte bereits direkt hin nach euch sein und ihr würdet das nicht bemerken. Ja. So sieht's aus hier. Hör zu. Tja, da das gehört. Von dem schneiden wir den Orks mit der abgebrochenen Klinge unseres Sohnes die Kehle durchsicht. Oh, das stimmt ziemlich. Deswegen muss ich sagen, dass, dass die erste KZ, ziemlich, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich will heute nicht sein, wenn die die Kehle durchgeschritten bekommen haben. Werden wir an der Seite des dunklen Herrschers aus Mordor ausmarschieren. Alter, wie gut ist FPS-Händler hier überall? Zerschmetter dich! Du! Alter, ich hab richtig FPS. Du warst schon zu lang in den Schatten. Es wird Zeit, dich uns allen zu zeigen. Alter, ich kann mich nicht. Das hört sich nicht gut. Obwohl ich nicht. Infern schlägt Alarm, halt ihn auf. Einer von euch muss sich am Fleischfeuer kümmern! Jetzt geht's. Da ist ja noch ein Schwunger, aber ich komme zu spät. Wie das öfter. Was ist das? Oh, das ist doch so ein Schwung. Ich hab' mir gefahren. Wenn die Perfilter zu sehen. Was ist das? 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 Ja, ja.